Hallo zusammen, hier ist wieder Heutelah und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Achievement, das wir uns hier einmal in Raven Dress zu spielen können. Und zwar finden wir das unter Erkunden und dann Shadowlands. Für dieses müssen wir nämlich Kutschen fahren. Das Achievement schimpft sich der Jenseitsexperte. Hierfür müssen wir insgesamt sechs verschiedene Kutschen besteigen fahren. Dafür braucht ihr keine Voraussetzung, sondern ihr müsst einfach nur diese Kutschen finden. Anklicken und könnt dann mitfahren. Ihr könnt dann die komplette Strecke fahren, beziehungsweise auch nur ein paar Meter. Sobald ihr eingestiegen seid, zählt das schon. Die erste Kutsche, die ich euch zeigen möchte, ist die Kutsche nach Stolzsturz. Und Stolzsturz ist quasi hier oben. Und die Kutsche, die wir uns suchen müssen, fährt quasi hier einmal den Weg von hier oben. Dann wieder zurück und einmal immer hin und her. Also die dreht immer um. Heißt, ihr müsst jetzt nicht auf einen Spawn oder irgendwas warten, sondern ihr müsst einfach auf dem Weg hier ein bisschen rumlaufen. Die Kutsche kommt euch zwangsläufig entgegen. Und dann seht ihr auch schon, da sind auch mehrere unterwegs. Also das ist eine relativ simple Sache. Jetzt gucken wir mal, dass wir nochmal in die Kutsche reinkommen. Ihr seht, ich kann einfach einsteigen. Und dann habe ich auch schon den ersten Fortschritt. Dann kommen wir zur zweiten Kutsche. Und zwar haben wir jetzt hier einmal die Dunkelhafen-Kutsche. Und diese fährt im Dunkelhafen rum, also hier unten. Und die fährt einmal den Weg hier so lang. Dann hier einmal runter. Hier wieder hoch. Hier rum. Hier hoch. Einmal um den Kreis rum. Und dann wieder das Gleiche. Also die fährt hier quasi immer einmal im Kreis rum. Einmal hier im Großbereich. Dunkelhafen. Da einfach einsteigen. Und ihr habt den nächsten Unterabschnitt vom Midschief mit abgeschlossen. Dann kommen wir zur dritten Kutsche. Und zwar die Fluchwald-Kutsche haben wir jetzt. Das ist die dritte an der Stelle. Und die fährt einmal von hier oben ganz hier runter. Und dann auch wieder zurück. Also hier auf dem langen Weg hier. Dort finden wir die dritte Kutsche. Schimpft sich Fluchwald-Kutsche. Dann kommen wir zur vierten Kutsche. Und zwar haben wir jetzt die Kelch-Kutsche. Und diese Kelch-Kutsche befindet sich relativ weit oben hier am Schloss entlang. Die fährt eigentlich hier so den Weg hier rüber. Und dann immer in so einer kleinen Schleife hier rum. Also hier findet ihr die im großen Bereich. Dann kommen wir zur fünften Kutsche. Und zwar haben wir jetzt die Kutsche des Schlosses. Und die ist auch ganz in der Nähe, wo wir gerade waren. Wir waren ja gerade hier unten bei der Kelch-Kutsche. Und die Kutsche des Schlosses, die fährt hier einfach einmal um das Schloss rum. Hier ist quasi so eine Berüstung, wo sie oben rumfährt. Und dann hier einmal vor dem Schloss und dann wieder hinten rum. Also hier einfach ein bisschen um quasi die Raid-Instanz Ausschau halten. Da habt ihr dann gleich die Schloss-Kutsche. Dann kommen wir jetzt zur letzten Kutsche. Und zwar haben wir die hier vor uns. Kutsche vom alten Tor schimpft sich die. Da steigen wir jetzt mal ein. Und tadaa, da poppt auch mein Achievement auf. Wo fährt diese Kutsche rum? Die fährt einmal hier oben so einen Kreis rum. Und dann, ich glaube hier unten auch nochmal irgendwie so einen Kreisel. Und dann immer quasi so in einem kleinen Achter. Die ist eigentlich auch recht gut zu finden. Hier oben sind halt drei Kutschen relativ nah beieinander. Also die könnt ihr recht schnell abklappern. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich da ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr wollt, seht ihr mich beim nächsten Achievement-Video wieder. Euer Tala. Bis dann. Ciao.